Polizei, Station für Polizei, Außenpost! Hier schießt jemand mit einem Schuss vor... Ah! Einer von euch schuldet mir einen Haufen Geld. Trete heraus, Mark Boyden. Oder alle hier Anwesenden werden sterben. Ich will 250.000 Dollar bis Weihnachten auf meinen Tisch. Hör zu, du kriegst noch das Geld. Aber lass meine Familie da raus. Deine Familie wird das einzige Mittel sein, dich das Geld auch zahlen zu lassen. Wir werden deine Tochter nehmen. Bring uns das Geld bis Weihnachten. Dann lassen wir sie vielleicht am Leben. Rück meine Tochter raus. Die Zeiten, in denen du mit mir spielst, sind vorbei. Mich jetzt noch aufzuhalten, bringt nichts. Du bekommst alles, was du willst, wenn du das Versprechen hältst. Scheiße, ich brauche Geld. Ich fürchte, da gibt es nur noch eine Lösung. Du hast mir immer aus der Patsche geholfen. bis zum dive. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können ihn mal fragen, ob er uns zu ihm führen kann Entschuldigung, kannst du uns zum Joker bringen? Wir sind von ihm gesendet worden Der Joker? Pah, der ist seit 15 Jahren tot Was? Was reden Sie? Wir haben vor ein paar Sekunden noch mit ihm geredet Da muss ein Missverständnis vorliegen Was ist mit Batman passiert? Batman, der ist ein alter Mann Das hier ist Batman Veräppeln können Sie wen anders Kommt, wir gehen Ich glaube, ich verstehe das Ganze hier richtig Die Leute, die reden jetzt immer nur von der Legende Aber das hier könnte das Multiversum sein Also hat uns das Accessoire in dieses Universum hineingeführt? Das ist ja fast so wie unsers Nur hier ist Joker tot und Batman ein alter Mann Nicht so wie in unsers, wo Batman wohl auf ist? Und der Joker dann vor der Unterwelt ist? Das könnte zutreffen Um zurück zu gelangen, brauchen wir also dieses besondere Accessoire Aber wie sollen wir da rankommen, wenn der Joker tot sein soll? Hallo, mein Name ist Bruce Wayne Ihr kennt mich wahrscheinlich als Batman Ich habe eurem Gespräch gelauscht Ich war selber einmal im Multiversum Vor sehr, sehr langer Zeit Unglaublich Sie sind echt? Ich kenne jemanden, der dieses Accessoire vielleicht besitzt Vielen Dank für Ihre Hilfe Aber wie kommen wir dorthin? Wir nehmen mein Auto Frohe Weihnachtszeit Ich möchte gern mit ihm sprechen Guten Tag, mein Freund Bruce Wayne Man nennt mich den Collector Dieser Mann hat besondere Menschen eingesperrt Und wird hier behandelt Wie bitte? Wie meinst du das? Dieser Mann ist ein gutherziger Mensch In deinem Multiversum mag er anders sein Aber in diesem Universum ist er ein gutherziger Mann Nun ja, kommt herein Herzlich Willkommen in meiner Sammlung Hier befindet sich, was ihr sucht Da ist er Dürfen wir ihn benutzen Okay, Ausnahmsweifel Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise Kommt nicht mit uns Ich bin zu alt für Abenteuer Ich habe genug in meinem Leben durchgemacht Collector, du hast ihm ein Giftgas genommen Gib es her, oder es wird Opfer geben Scarecrow, ich gebe dir, was du willst Aber wir wollen hier keine Gewalt Ich will es jetzt Lauft! Halt es fest Wir müssen es in dem neuen Multiversum bei uns haben Ach du meine Güte Wo sind wir denn hier gelandet? Wir müssen es in dem neuen Multiversum beachten Ich will es jetzt in dem neuen Plänen We sind eine neue Monate Wir müssen es in den neuen Plänen We sind in den neuen Plänen Wir müssen es in den neuen Plänen Aber wir müssen es in den neuen Plänen Vielen Dank.